Guten Tag und herzlich willkommen bei der Curatio Versicherungsdienst GmbH. Ihr kompetenter Partner, wenn es um das Thema Versicherungen geht. Bis zum 2.1.2023 haben wir aufgrund von Betriebsferien geschlossen. Im neuen Jahr stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt persönlich zur Verfügung. Sollten Sie einen Schaden melden wollen oder eine EVB benötigen, kontaktieren Sie den Versicherer bitte direkt. Für die weitere Schadenbearbeitung lassen Sie uns die Informationen bitte per E-Mail zukommen an schaden.curatio.gmbh.de Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.